Moin Leute, ich wurde schon öfter im Discord und in den Kommentaren gefragt, wie ich Tier 1 Elite Litch one shotte und dazu dachte ich mir einfach, ich mach mal ein ganz kurzes Tutorial. Also als allererstes fangen wir auf ganz entspannt mit unserem kostenlosen Wurfallaffen an und bauen danach Ben und einen Boomerangaffen. Und dann machen wir einfach die ganz normale Marktplatzstrategie und für die von euch, die diese Strategie noch nicht kennen, das ist diese hier. In dem Video habe ich übrigens die drei besten Methoden erklärt, wie am meisten Geld von Runde 1 bis Runde 40 macht. So, wieder zurück zu Elite Litch. Nach den ersten zwei Farmen bauen wir noch einen Inji und danach upgraden wir nach der vierten oder fünften Farmen den Wurfallaffen noch bis zur Armbrust. In Runde 27, nachdem wir dann alle sieben Farmen gebaut haben, upgraden wir den Inji noch auf 0-3-0, damit er mit seinem Schaum die Bleibloons kaputt machen kann. Jetzt einfach noch fünf weitere Marktplätze bauen und ein Lieblingshandelsboot. Achtung, jetzt kommt der schwere Teil. In Runde 36, sobald wir das Boot haben, verkaufen wir zwei Marktplätze, upgraden die zwei 2-0-0-Farmen auf 2-0-2, verkaufen diese und upgraden danach den Inji zum Overclock. In Runde 37 platzieren wir jetzt noch eine Nagelfabrik, boosten diese, verkaufen dann alles, upgraden dann diese Nagelfabrik auf Permanenzstacheln. Jetzt noch ein Affendorf mit Dschungeltrommeln und Elite Lütsch hat keine Chance mehr.